Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Nachmittag in die Runde. Ich hoffe, euch eigentlich geht's gut. Ihr seid alle gut durch den Tag gekommen. Momentan traden wir bei ungefähr... Äh, wo haben wir es denn hier? 28.900 US-Dollar. Sorry, gerade erst vom Pool runtergekommen. Ähm, ja, momentan traden wir bei ungefähr 28.900 US-Dollar. Wir hatten gestern ein kleines Fake-Out. Schauen wir uns jetzt gleich nochmal ganz genau im Detail an. Ansonsten lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um es nicht mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, klickt auf jeden Fall auf diese Glocke, auf alle und dann kriegt ihr immer wieder Benachrichtigungen. Ansonsten hat Femex momentan noch eine Aktion bis zu 4.500 Einzahlungsbonus. Könnt ihr euch da abstauben. Link ist unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr darauf Bock habt, schaut auf jeden Fall bei Femex vorbei. Ansonsten, wie gesagt, momentan bei ungefähr 28.800 US-Dollar. Wir hatten hier gestern oben unser kleines Fake-Out, wo jeder schon wieder geschrien hat, okay, ja, wir hatten jetzt einen Retest, wir gehen jetzt hier auf jeden Fall long. Ja, im Endeffekt, unsere Zone hier oben hat gehalten. Wir hatten, wir haben es nicht über dieses Hoch hier drüber geschafft, über die 30.750. Lieber mal 30.800 US-Dollar angepeilt. Haben wir es auf jeden Fall nicht drüber geschafft. Deswegen kein signifikant höheres Hoch. Wir hatten keinen richtig schönen 4-Stunden-Close. Also auch mit einem 4-Stunden-Close, das habe ich euch ja gestern im Video gesagt. Ich möchte einen 4-Stunden-Close über dieser 30.800, besser sogar 31.000 US-Dollar sehen. Haben wir nicht hinbekommen. Wir hatten zwar einen RIG in diese 30.700er Region rein, wurden aber wieder abverkauft. So, dann hatten wir unser Fake-Out. Dann ging im Endeffekt die Kaskade los. Wir schauen uns nochmal so in einem 1-Stunden-Chart an, was da so passiert ist. Man sieht es hier ganz gut. Hier wurden wir schön aufgekauft im 1-Stunden-EMA-Ribbon, beziehungsweise hier in den EMA-Ribbons wurden wir aufgekauft. Haben es dann wieder nicht drüber geschafft. Das war für mich dann eher so ein Zeichen, okay, ich bin short. Bin dann in den Short-Trade reingegangen. Den habe ich dann immer noch offen, teilweise aber 75% mittlerweile rausgenommen. Und habe dann hier unten jetzt in unserer grünen Kaufzone, habe ich jetzt den ersten Trade wieder aufgemacht. Aber wirklich kleiner Hebel, kleine Position, weil wir uns momentan wirklich in einer, ich sage mal, validen Verfassung hier befinden. Wir hatten jetzt unser Breakout aus dem Symmetrical Triangle. Volumen, ja gut, hatten wir. Retest hatten wir auch. Ich bin trotzdem nicht mehr so davon überzeugt. Für mich ist das Symmetrical Triangle nicht so ausschlaggebend, sage ich mal. Für mich sind eher so die Kauf- und Verkaufszonen interessanter. Und da seht ihr ganz gut. Also wir befinden uns wieder unter den 1 Stunden E-Mail-Ribbons. Jetzt gehen wir mal ganz kurz in den 4-Stunden-Chart wieder zurück. Auch hier haben wir es nicht nachhaltig drüber geschafft. Das heißt, wir befinden uns jetzt wieder darunter. Wir haben uns jetzt mit diesem Wig die Liquidität aus diesem Bereich hier genommen. Die grüne Kaufzone ist weiterhin unser, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, letztes Standbein. Und bricht diese Zone, können wir wirklich innerhalb kürzester Zeit hier unten in diesem Bereich zwischen 24.000 und 25.000 US-Dollar gehen. Je nachdem, auf welcher Börse man halt ist. Wir hatten jetzt das Problem, bei Bybit waren wir bis auf 25.000 US-Dollar. Bei Binance waren wir zum Beispiel nur bei 26.000 US-Dollar. Deswegen muss man ein bisschen vorsichtig sein. Trotzdem, auch wenn wir bei Binance mit 26k Schlusskurs machen waren, müssen wir achten, weil die Stop-Losses liegen darunter. Das heißt für uns, auch wenn jetzt bei Binance 26k ist, sind die 25 oder sogar 24k weiterhin nicht ausgeschlossen. Davon gehe ich auch weiterhin aus. Ihr müsst euch das so vorstellen, die Leute haben einfach hier ihre Positionen aufgemacht. Wir kriegen gelernt, okay, Stop-Loss immer unter das letzte Tief. So, was machen die großen Fische? Die ziehen sich natürlich den Stop-Loss und gehen dann tiefer unten weiter rein, beziehungsweise versuchen ein bisschen zu konsolidieren, um dann neues Breakout nach oben hin durchzuführen. Deswegen ist diese Zone hier momentan sehr, sehr wichtig für uns und könnte auch zum Beispiel so eine Art Descending Triangle sein. Aber wir möchten jetzt hier nicht wieder neue Dreiecke reinmalen, nur damit wir ein neues Triangle haben. Wie oft ich gestern gelesen habe, ja, Symmetrical Triangle Breakout, auch auf Twitter und sowas. Jeder schon wieder, oh ja, long. Ja, gut, die Leute sind dann hier wrecked worden, dann hieß es hier unten Short. Die sind jetzt dann auch dann kurzzeitig wieder wrecked worden, nachdem wir hier wieder so eine kleine Erholungsphase bis 29.500 hatten. Deswegen einfach momentan wirklich ein bisschen aufpassen mit großen Positionen, lieber ein bisschen kleinere Positionen und dann immer so ein bisschen nach Marktverhalten gucken. Wichtig jetzt, Zone muss halten bis ungefähr 28.500. Ich sage jetzt mal trotzdem, Stop-Loss ist da drunter. 27.800 ist unser letzter Ankerpunkt, das ist dieses letzte Tief hier. Sobald hier dieses Tief wahrscheinlich dann bricht, dann wird wirklich wahrscheinlich eine Kaskade in Gang kommen. Wir fallen hier drunter und dann kann es wirklich hier rapide bis auf 24.3, 24.4 runtergehen. Hier liegt der Monatspivot S3 und dann könnten wir vielleicht irgendwann mal eine Erholung sehen. Aber ich vermute trotzdem, dass wir in nächster Zeit viel so in diesem Bereich zwischen 34.000 und 24.000. auf jeden Fall erstmal traden werden, also jetzt nicht, dass wir ultra-bullish jetzt wieder werden und wir hier Kurse von 50.000, 60.000 in nächster Zeit sehen. Davon gehe ich ehrlich gesagt momentan eher weniger aus. Eher so in einer riesigen Seitwärtsphase, Akkumulationsphase. Deswegen DCA betreiben bzw. wöchentliche Sparpläne kaufen. Wer das macht von euch, so mache ich es zumindest wöchentlich oder auch teilweise täglich, wenn es dann doch mal ein bisschen mehr gibt, dann auch mal täglich. Aber das ist momentan einfach die sicherste Variante. Nicht all-in gehen, auch bei solchen Kursen nicht. Lieber mit ein bisschen Vernunft und Verstand rangehen und mit Bedacht auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ja, gut. Das jetzt erstmal zu Bitcoin. Gibt auch nicht mehr Wichtiges zu sagen. Nachhaltig ist es halt wichtig, dass wir die 34k brechen. Davon sind wir momentan weit entfernt. 6k Unterschied, deswegen nehmen wir das jetzt momentan nicht im Mund. Wichtig, die Zone und dann schauen wir weiter. So, Ethereum. Gleiches Spiel auch hier wieder nicht über diese Zone rangekommen. Wir sind nicht über die 4 Stunden E-Mail-Ribbons gekommen. Ich zoome hier nochmal ein bisschen näher rein. Seht ihr es ganz gut. Wieder die Zone angetestet. Wieder runter und abverkauft worden. Auch hier im Endeffekt ziemlich das gleiche Spiel. Diese Zone hier wird entscheidend sein, beziehungsweise auch hier dieses letzte Tief haben wir noch nicht abgegriffen. Sobald wir hier drunter fallen, gleiches Spiel, so wie überall, könnte eine Kaskade in Gang kommen. Und wir sehen hier zwischen 1700 und 1600 US-Dollar uns auf jeden Fall wieder. Könnte relativ flott gehen. Wie gesagt, hier unten liegen die Stop-Losses. Wir haben hier keine Liquidität. Ihr seht diesen Riesen-Wick, dieses riesige Void. Und wenn das gefüllt wird, geht es rapide nach unten. Und dann ist wirklich dieser nächste Stop hier der Monats-S3. Schauen wir uns nochmal auf dem Daily an, ob wir da auch noch irgendwelche Chancen sehen. Auch hier passt das ganz gut. Wir hatten hier drüben mal so einen kleinen Wick, beziehungsweise einen größeren Wick auf dem Daily-Chart, der dann aufgekauft wurde. Also dieses Void hier passt gut mit diesem Monats-S3 überein. Deswegen stellt euch einfach drauf ein. Plan so ein, dass wir hier wirklich nochmal runterkommen könnten, in Anführungszeichen. Aber jetzt nicht. Wir gehen jetzt heute oder morgen da direkt runter. Wichtig die Zone. Und dann können wir erst in diesem Bereich vorstoßen. So. Gestern wurde sich ICP und VeChain gewinnt. Schauen wir uns doch mal VeChain an auf dem 4-Stunden-Chart. Auch hier sehen wir übergeordnet erst einmal eine Seitwärtsphase. Monats-S1 durchbrochen. Nicht bestätigt. Sofort wieder abverkauft worden. EMA-Ribbons wieder durchbrochen, nachdem sie fast bullisch geflippt werden. Aber auch von Altcoins momentan traden. Nehme ich absolut Abstand. Wichtig. Hier können wir noch eine kleine 4-Stunden-Demand-Zone einzeichnen. Passt auch hier mit diesem Wick hier überein, der wahrscheinlich auch nochmal gefüllt würde. Sollte jetzt Bitcoin wirklich diese Kaskade lostreten oder doch nochmal einen größten Abverkauf, sehen Sie sich VeChain. Auch auf jeden Fall diesen Wick hier unten füllen bei ungefähr 0,0228 US-Dollar. Ansonsten. Erster Schritt wäre auf jeden Fall dieser Bereich zwischen 0,0263. Das ist der erste Bereich. Sollten wir hier vielleicht dann Bounce sehen. Und dann über den S1 kommen, kann es sein, dass wir diesen Bereich hier unten wirklich möglicherweise nicht mehr sehen. Und dieser Bereich dann einfach illiquide bleibt. Was ich aber trotzdem nicht glaube. Ich bin weiterhin eher so auf der Down-Seite. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Bärenmarkt-Typ. Aber trotzdem, man muss einfach der Realität ins Auge sehen, dass wir hier einfach trotzdem nochmal 24, 25% Dump sehen könnten. So. Dann ICP schauen wir uns auch gleich noch an, weil sich das auch gewünscht wurde. Könnt auch gerne wieder unten in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr irgendwelche Alt-Compans habt. Schreibt es einfach unten rein. Freue ich mich riesig, weil ich euch auch sonst immer nur die gleiche Leier erzähle. XRP und sowas. Klar, bringt Klicks. Aber ganz ehrlich, es soll ja um euch gehen und nicht um irgendwelche Klicks. So. Auch hier im Endeffekt gleiches Spiel. Wir haben jetzt dieses Low hier abgegrast. Sieht man ganz gut. Hier dieser Bereich da unten wurde jetzt abgegrast. Das heißt, Liquidität bereitgestellt. Ja. Aber ansonsten gleiches Spiel. Auch hier kleine 4 Stunden Demandzone. Das heißt, der erste wichtige Bereich, der dann halten muss, spätestens sind die 6,81 Dollar. bricht die Zone. Sehen wir wahrscheinlich hier auch nochmal den Bereich um 6 Dollar. Und tiefer, weil ihr wisst, die Stop Losses liegen da drunter. Heißt, wir gehen auf jeden Fall nochmal minimal tiefer, um diese Stop Losses abzugrasen. Und dann könnten wir wirklich möglicherweise eine Trendwende sehen. Aber wie gesagt, alles mit der Zeit. Auch dann hätten wir auch ein schönes W-Pattern. Im Endeffekt, wenn dieser Wick hier unten gefüllt wäre, ist Zukunftsmelodie. Aber trotzdem behaltet es im Hinterkopf. Die Zonen sind wichtig bei ICP und V-Chain. So. Und dann noch ganz zum Schluss. Trotzdem Ripple, weiß ich es auch immer öfters gewünscht, wurde. Gleiches Spiel. Auch hier hatten wir ja gestern das Symmetrical Triangle besprochen. Breakdown nach unten. Kein Fake Out. Das ist wieder so ein perfektes Beispiel. Ich glaube, das Video ist ein bisschen lang, egal. Warum ich sage, okay, nehmt doch lieber einfach die Wicks, wenn ihr sowas einzeichnet. Es gibt solche Leute, die zeichnen nur immer die Kerzen Körper an. Aber trotzdem, im Endeffekt hätten wir jetzt die Körper genommen. Jeder so, ja, wir haben Break Out, Break Out. Kein Volumen drin. Nichts. So. Wenn wir jetzt aber hier die Wicks mit einzeichnen, hatten wir überhaupt kein Break Out. Dann kam dieser Break Down drunter und dann kam jetzt langsam mal ansteigendes Verkaufsvolumen rein. Trotzdem, Preisziel von 0,31. Fraglich, ob das erreicht wird. Wichtig ist die Zone hier unten. Da sind wir jetzt fast bei ungefähr 0,38 bis ungefähr 0,36. Das ist für mich jetzt so die nächste DCA-Stufe, wo ich sage, okay, ich kaufe jetzt wieder ein bisschen nach. Die nächstgrößere würde dann hier unten im 0,30er Bereich liegen. Ja, soviel dazu. Schauen wir uns auch ganz kurz die News an, die ich noch nicht aktualisiert habe. Ja. Terra News. Luna Team bestätigt, dass Terra 2.0 kein Fork ist. Terra ist Scam. Das ist meine Meinung dazu. Nee, Spaß. Ganz ehrlich, Spielgeld, mehr stecke ich da nie wieder rein und das Thema ist für mich abgehackt. Weiß nicht, wie es für euch draußen ist, ob ihr da noch investiert seid, würde mich auch mal interessieren. Schaut euch auf jeden Fall den Artikel an, wen es interessiert. Ich schicke ihn euch später noch in die Telegram-Gruppe. Ansonsten bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen. Morgen weiß ich noch nicht, ob ich ein Video schaffe zeitlich, weil es morgen früh gleich wieder nach Deutschland geht, dann noch ein paar Stunden Zugfahrt und sowas. Aber gut, schauen wir mal. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Ich gehe jetzt was essen, ich habe Hunger, wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Wünsche euch noch einen schönen Abend und wie immer, ciao, ciao und stay crypto.